Hallo und herzlich willkommen zurück. Eine neue Folge Pixelmon zusammen mit Jose. Hallo, Lulia. Wie geht dir? Mir gut. Es geht mir wunderbar. Komm mal in unser wunderschönes Pokémon Center. Wir haben hier nämlich Post bekommen. Oh, Professor Eich. Richtig, Professor Eich hat uns nämlich zwei Pokédex zukommen lassen. Selbstverständlich müssen wir ja irgendwie auch den Überblick behalten. Du kannst mit Rechtsklick reinklicken und siehst dann halt ganz, ganz viele, die wir noch nicht haben. Der ist noch so schön retro. Ja, ne? Ja, dank Minecraft natürlich, klar. Ach, wie cool. Ich will da wieder raus. Escape? Nee, doch. Ja, Escape kommst du immer da wieder raus. Wunderbarerweise hat Professor Eich uns auch gleich die Kiste da gelassen. Das heißt, da können wir unseren Quatsch reinlegen, den wir nicht brauchen. Oh ja, einwandfrei. Ja, ansonsten würde ich sagen, versuchen wir es heute mal mit ein paar Pokémon-Kämpfen. Und vor allen Dingen, wir fangen mal an mit einer Aprikorn-Farm. Denn wir brauchen vor allen Dingen die Roten für Pokébälle. Ja, frei. Ja, ich habe da vorhin, als wir uns auf den Weg hierher zurückgemacht haben, warum auch immer wir das Offscreen gemacht haben, habe ich einen Kokuna gesehen. Und das möchte ich mir so gerne vorknöpfen. Aber ich muss gucken, ob ich das nochmal finde. Ich hoffe, es ist noch nicht despawned. Ich hoffe, es auch. Muss mal gucken. Ich helfe dir mal suchen. Nicht, dass ich dann gleich dagegen kämpfen muss. Put, 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 put. Wo ist es denn? Hier in dem Wald ist aber auch super Versteck für Pokémons. Das ist ja echt übel hier. Hier hinten ist es. Aber es ist echt, tatsächlich? Ja, ja, ja. Ja, es hat sich da hinten immer weiter zwischen den Bäumen reingeschlagen. Wenn du mir jetzt sagst, wo du bist, dann sage ich dir, wo ich bin. Ich bin da, wo du nicht bist. Das ist schon mal... Jason, Level 6. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Hier, hier, hier. Umdrehen hier. Ah, ja, ich habe Jason gefunden. Jason? Ja, er ist Level 6. Das nennt mich jetzt an... Welches Spiel war das? Heavy Rain? Ja, ich muss an Freddy denken. Freddy vs. Jason. So, wenn du mich hier folgst, hier unten ist dein Kokuna. Ich gehe mal die Apricorn-Farm anfangen. Okay. Wenn das so funktioniert, wie ich denke. Das war der Pokédex. Hallo. Ich will mit dir kämpfen. Das war falsch. Taste. Yay. Fight. Tackle. So, mal gucken. Okay. Guck mal hier an. Also, es hat erstmal schön brav Herdner benutzt. Das ist schon mal super. Okay, es scheint wirklich nur Herdner zu können. Dafür sind wir jetzt aber auch runtergefallen. Oder beziehungsweise immer Pokémon. Ich kämpfe mal gegen Jason. Jason! Das sieht gerade so episch aus, weil mit diesem Bildschirm, wo sich die ganze Zeit das um das Pokémon dreht beim Kämpfen, backen natürlich die Blöcke richtig schön weg. Ja, es ist saulustig. Also, man kann dieses Gedrehe, wenn es dich zu denen ernervt, auch ausstellen. Okay. Im Server allerdings. Das müssen wir zwischendurch machen. Oh, ich hasse Sandattacke. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Sandstrudel oder so. Oh, shit. Mein Bulbersauer verliert. Mir fällt es gerade nicht mehr ein, wie die Attacke hieß. Alter, ich habe gerade gegen Jason verloren. Nee, wie kannst du nur? Ich habe aber ein Schwert. Aber Jason ist verschwunden, sein Pokémon ist noch da. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ich finde es klasse. Durch dieses Drehen sieht man so richtig schön die Chunks unterhalb. Das ist ganz kunst cool. Ja. Ich habe hier mal angefangen, unsere Apricorns hinzustellen. Wir machen da so eine einfache Zweierreihe am besten draus. Und? Komm schon, greif an. Nein, noch einmal. Oh, und man sollte die Apricorns nicht mehr abbauen. Da kommt nämlich Oakwood raus. Oh. Ja. So warten, bis sie gewachsen sind und dann versetzen. Scheiße. Level 7, Level 8, Level 9, Level 10. Ich habe Level 10 erreicht. Alter, nur durch dieses Kokuna jetzt? Ja. Alter, ich bin immer noch Level 6. 5 Level. Ich hätte das Kokuna platt machen sollen. Meins. Jetzt müssen wir auch Kokuna suchen oder sowas. Jason. Jason. Ach, sorry. Ich habe das. Ach, stimmt. Also hier ist ja tatsächlich, der Junge wurde ja so gerufen, der ganz am Anfang, ach ja, stimmt ja, Heavy Rain und so. Ja. Oh, ja. Level 7, Level 8, Level 9. Bam. Und ich kann Vine Whip. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Rankenhieb, ne? Was hast du da gerade bekämpft? Das, das Wilde. Nee, nicht das Wilde. Das, das, äh, Taubsee von, von Jason. Oh mein Gott, hier liegt ein Karpador auf dem Boden. Okay. Es liegt einfach nur so da rum und guckt mich doof an. Mann, ich spring da einfach mal schön runter und auf einmal bin ich in einem Kampf, finde ich klasse. Ja. Was bist denn du? Das kann ich dir nicht sagen. Ist das ein Pokémon? Wie heißen das auf Englisch? Da ist ein Riesenstein. Es kann sein, dass das ein Pokémon ist. Nee. Oh cool, Vine Whip ist ja super effektiv gegen Karpador. Was bist du denn? Yeah. Nicht stehe ich da drauf. Ist so ein Riesenfelsen. Level 10. Was ist, wenn ich da jetzt mal ein Pokémon draufwerfe? Was ist denn das? Nö. Karpador lässt tatsächlich Fisch fallen, wenn man irgendwie... Ich kann auch dazu sagen, wir spielen übrigens momentan auf Peaceful. Einfach, weil wir haben eh keine Monster an, von daher egal. Also das ist, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Was hast du kaputt gemacht? Das Vieh? Das Ding, was da war. Ich habe keine Ahnung, aber da war was. Da war irgendwie so ein... Vieh. Ja, so wie eine Art Riesenfelsen mit Moos obendrauf. Das sagt mir jetzt spontan auch nichts, ehrlich gesagt. Muss ich dir dann mal in der Aufnahme zeigen. Das sah echt komisch. Also ich habe es jedenfalls kaputt gemacht. Ich habe ein neues Erz gefunden. Es gibt hier verschiedenes Erz. Ich glaube, es ist Bauxite. Das braucht man, um Aluminium zu machen, was man für die Pokébälle braucht. Wird ja voll kompliziert. Nee, so kompliziert ist es nicht. Nur ich kann es halt nicht abbauen, weil ich keine Eisenspitze habe. Ui, Level 10 Wulpix. Aber das sollte ich nicht machen. Feuer-Pokémon gegen Feuer-Pokémon. Das könnte ziemlich hart werden. Ja. Was bist du denn? Level 41 Porenta. Ja, natürlich. Ja, go for it. Ja, also bitte. Was ist denn da unten? Da ist irgendwas unter mir? Ich laufe da rum. Ach, das bist du. Das ist auch kein Eisen. Läufst du da unten rum? Ja, ich laufe hier unten rum. Du bist da unter mir. Sehr schön. Ah, endlich Eisen. Meine Güte. Wir brauchen Eisen auch halt unbedingt für Pokébälle. Und Eisentools ist wahrscheinlich auch irgendwann nicht verkehrt. Wobei, ich glaube, unsere Tools sind jetzt mal eher unwichtig. Die roten willst du da anpflanzen, hast du gesagt? Ja. Ich habe einfach mal alle, die ich hatte, da angepflanzt. Nur die roten braucht man halt für die einfachen Pokébälle. Und die komplizierteren sind dann eine Mischung aus verschiedenen. Okay. Es ist aber auch völlig in Ordnung, wenn man die total nebeneinander pflanzt. So habe ich das auch gemacht, ja. Okay. Wenn irgendwas damit nicht in Ordnung ist, werden wir es sehen. Ja, ja. Learning by doing. Richtig. So, ich bin in einer total dunklen... Oh mein Gott, ich habe einen Spawner gefunden. Nee. Ja. Wir spawnten da. Das ist ein Skelettspawner. Ist halt das normale von Minecraft. Da ist Eisen drin. Ein Eimer. Ein Sattel, den wir nie brauchen werden. Brot, was wir nicht brauchen. Ein Name Tag. Weiß ich nicht, ob wir das mal brauchen. Ein Music Disc. Gunpowder und noch mehr Zeug, was wir nie brauchen werden. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Ja, auf jeden Fall nicht verkehrt, ne. Vor allen Dingen habe ich jetzt ein bisschen Eisen. Ich brauche noch ein bisschen Cobblestone, damit wir uns den Ofen anlegen können. Ja, ich werde jetzt auch mal ein bisschen farmen gehen, dass wir ein bisschen was bekommen, dass wir dann später auch anständig Rüstung und so weiter haben. Ja. Brauchen wir überhaupt Rüstung? Rüstung brauchen wir eigentlich gar nicht. Also, die können dir ja nichts anhaben. Also, ich bin mir sicher, wenn das falsch ist, wird uns einer der Zuschauer verbessern. Grünes Aprikorn gefunden. Da ist auch ein Carpador. Hallo, Carpador, welches Level? Hast du Level 10? Oh, super. Oh, die Rastragik. Welches Level ist das denn? Ich bekämpfe das Carpador. Ich bin gespannt. Uh, das zieht dem ganz schönen Schaden ab. Ja. Wow, zwei Angriffe und der halbe Lebensbalken weg. Ein Level 6 Mülltank. Wir kämpfen. Aber hallo. Mal gucken. Defense Curl. Wie, Fainted? Das ist davon gelaufen. Nee, Fainted ist ohnmächtig geworden, weil die sterben ja nicht. Ach so. Oh. Komm schon, komm schon. Mach das Mülltank platt. Ich will. Ups. Komm schon. Ich hab nix gemacht. Würde ich niemals machen. Doch, das wird eine ganz knappe Kiste, Alter. Oh mein Gott, aber richtig knappe Kiste. Level 11 dafür. Mit noch zwei Leben übrig. Und lass mich über. Mülltank lässt Leder fallen. Großartig. Das ist cool. Ja. Ups. Sag mal, bist du dann irgendwie von weiter weg da runter gegangen, oder? Wieso? Ach so, hier geht's auch ganz schön runter. Ich bin in eins der Höhlen einfach rein. Also ich hätte da jetzt ganz gerne mal Kohle oder so, um mir eine Fackel machen zu können. Aber hier ist nur Eis. Kohle hab ich ne Menge. Wenn du mir sagst, wo du bist. Nö, ich hab keine Lust. Okay, dann nicht. Oh, ich seh dich. Uah. Uah? Ja, ich wär bei deinem Loch gefallen. Wo bist du denn jetzt hin? Hallo. Hinter dir. Oh, da. Hey. Hier. Nimm diese Kohle. Dankeschön. Dann kannst du dich erfackeln. Erfackeln. Yay. Aber guck mal, unsere Aprikorns gedeihen ja schon richtig. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Ich würde aufpassen, wie du die anordnest. Weil wir müssen die an alle ja noch rankommen. Also ich wollte so zwei Reihen machen. Oh, Entschuldigung. Aber macht ja nichts. Noch geht's. Es tut mir leid. Alles gut, alles gut. Noch geht's. Außerdem ist es unsere erste erbärmliche Standardfarm. Die ist schon in Ordnung. Die kann aussehen. Was brauchen wir denn jetzt so eigentlich im Moment? Wir brauchen momentan ganz schön viel Eisen, denn wir wollen uns ja so ein Pixelmon Anvil bauen, damit wir Pokébälle machen können, damit wir natürlich uns neue Pokémon fangen können. Ich glaube, das andere vorhin war kein Eisen, weil das hat voll lange gedauert. Das war dann dieses Bauxid. Das kannst du aber, glaube ich, nur mit Eisen abbauen. Eben, dann lass ich das mal eben. Ja. Okay, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Eisen. Dann müssen wir Ofen und so einen Käse ja auch machen. Oh Gott. Ofen habe ich schon gemacht. Alles gut. Okay. Steht hier. Da brennt auch schon Eisen drin. Liegt ein bisschen Kohle drin. Alles gut. Machen wir gerade eine Eisenspitzhacke. Oder ist das Gold? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich nehme an, du hast dieses Bauxidgedöns gefunden. Ach so. Gold würde ja gar keinen Sinn machen hier. Zu weit oben. Das stimmt, ja. Die Blauen und Schwarzen wachsen ohne Ende, aber die Roten, die wollen nicht. Hm. Aber ich meine, dass ich eine Rote schon abgeerntet habe. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe auch noch eine Rote gepflanzt. Das ist nicht schlecht. So, warte mal. Wenn du hier bist, dann gehe ich mal von der anderen Seite oder so gucken. Na, da ist eh nichts. Also da ist gleich Sackgasse. Wo war ich denn denn gerade? Wir sind so Helden, ey. Ja. Es ist immer ganz gut, wenn sich Let's Play Partner zusammenfinden, die beide irgendwie eine supertolle... Oh, verdammt. Ich habe mein Mistding nicht geheilt. Entschuldigung. Die sich halt supertoll orientieren können. Das können wir ja beides sehr, sehr gut. Absolut, ja. Absolut. Die Worte verirrt oder keine Ahnung, wo es lang geht oder so, kennen wir ja gar nicht. Wie, da unten ist es ja voll hell. Wir sind quasi unsere eigene Karte. Wieso ist es da unten hell? Ich würde jetzt mal, also ich wollte gerade sagen, wenn Minecraft es irgendwo unten hell ist, dann lässt das meistens auf Lava schließen. Juhu, da wird's warm. Moment. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wenn du sagst, da wird's warm. So, warte mal. Also das scheint eine richtig schöne große Höhle zu sein, die wir da direkt vor unserem Pokémon Center haben, wo es erstmal so richtig schön tief nach unten geht, mit Wasser unten, ohne Zugang. So, ich hab das Taubsee. Bäm! Jetzt geb ich dir. Ich bin geheilt und jetzt mach ich dich platt, Alter. Oh, Sandattacke. Ich krieg gleich einen Hals, ey. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Dann tackle ich dich halt zu Tode, ey. Ich find's schön, dass Tackle auch so eine Animation hat. Ja, also es ist echt cool gemacht, muss ich schon sagen. Ich bin zwar gespannt, wie lange man das auch wirklich machen kann, bis es anfängt, doch ein bisschen zu nerven. Ja, doch schon. Aber ich glaub, das wird dauern. Ja, also ich sag mal so, man kann das auch nicht unendlich oft machen. Es gibt nicht unendlich viele Pokémon und wenn man nicht gerade in totale Sammelleidenschaft verfällt, dann ist man früher oder später, sag ich mal, fertig in Anführungsstrichen. Ja, aber zumindest so jeder ein legendäres Pokémon wäre ja schon mal eine schöne Hausnummer, die man sich vornehmen könnte. Ja, aber hallo. Ah. Oder halt irgendwie so ein Boss-Pokémon. Es gibt, man kann von diversen Boss-Pokémon, kriegt man Drops sogar. Es gibt sogar welche, glaube ich, die den Meisterball fallen lassen können, weil den kann man nicht mehr richtig craften. Krass. Ja, die haben halt diese ganzen NPC-Gebäude und so fehlen noch, wo man dann halt irgendwie, keine Ahnung, den Meisterball kriegen könnte. Ach so, okay, also. Weil im Spiel hast du den ja von irgendeinem Typen immer für irgendwas gekriegt. Ja, genau. Dann irgendwann, wenn man dann alle Orden hatte, hat man die dann bekommen. Ich bin hier schon wie im Original-Pokémon-Spiel. Ich renne, sobald eine Attacke benutzt, renne ich lieber mal kurz zum Pokémon-Center. Es ist ja in der Nähe. Ja, weil man halt aber auch keinen Trank oder so dabei hat. Richtig. Gibt's sowas? Ja, kannst du auch craften, musst aber Milch für nehmen. Ich crafte mal so ein Pokémon-Anvil, Pixelmon. Wenn du zurück zum, bist du gerade unterwegs oder? Ja, ich bin gerade immer noch hier unten und farme ein bisschen Kohle und Eis. Dann stelle ich den einfach mal in unser Pokémon-Center. Falls es dich interessiert, den craftet man wie ein Block Eisen und lässt das in der Mitte rechts weg. Ah. Ich stelle den mal einfach hier neben die Kiste. Den brauchen wir noch nicht, aber später. Wenn wir drei rote haben, wäre ganz praktisch. Drei rote Aprikorn. Die wachsen immer noch ein bisschen. Aber es ist schön zu sehen, dass es immer noch Minecraft ist. Wenn du Kohle findest, dann ist es immer ein riesen Vorkommen. Ja, Gott sei Dank, ey. Sonst ist man da ja ewig am Sohn. Ich gehe mal gerade nachts ein bisschen gucken, ob wir irgendwo ... Ich weiß nicht, warum ich mir überhaupt ein Schwert gemacht habe, aber egal. Gehe ich jetzt da wirklich einmal rundum mal dumm und komme da oben wieder raus? Auch nicht schlecht. Ich habe schon wieder dieses komische Material gefunden. Ja, das muss ich auch gleich mal gucken. Oh, hier ist ein Macholo. Level 7. Bam, ich gebe dir. Das ist auch eines dieser Pokémon, die irgendwie die Kinder alle anders ausgesprochen haben. Die anderen Macholo, die anderen Macholo, Makolo. Ich war ein Macholo. Ja, da konnte man ernsthaft, konnte man da ganze Debatten darüber führen, wie wird das Pokémon ausgesprochen. Und ich denke, wir werden auch den einen oder anderen Namen sagen, wo wir dann hören, so, Alter, das heißt anders. In den Kommentaren. Das ist ja das Gleiche, wie ich immer Edelsamen gelesen habe, statt Egelsamen. Ja. Ah, ich lerne Poison Powder. Cool. Und Sleep Powder. Jetzt hör du mal auf, dich zu leveln. Ich bin immer noch unter dir. Ich glaube, ich bin unter dir. Sleep Powder will ich nicht lernen. Ja, Sleep Powder brauche ich nicht. Aber Poison ist gut. Ich bin Level 13. Wir können übrigens auch gegeneinander kämpfen. Ich bin hier drüben wieder rausgekommen. Da geht es einmal unten durch. Ach, guck. Ich finde, falls wir uns irgendwann dazu entschieden haben, wir haben ganz viel erreicht und so, dann sollten wir als Abschluss der Serie ein Battle gegeneinander machen, oder? Oh. Okay. Noch sage ich ja. Noch. Ich wurde gerade von dem Taubsi herangegriffen. Oh. Wir haben schon wieder 16 Minuten. Die Zeit vergeht so schnell bei diesem Spiel. Das ist gigantisch. Ja, das ist echt übel. Ich glaube, ich verliere sogar gerade gegen dieses Taubsi. Leech Seed. Das kannst du nur. Oh, ich habe was gefunden. Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Das war nur ein Glitch. Oh, Mensch. Dein Pokémon ist hier rübergeglitscht. Ich habe hier drüben kurzzeitig Bisasam gesehen. Verdammt. Ich habe Bisasam umgebracht. Scheiß Taubsi. Ohne Scheiß. Hier vor mir war plötzlich Bisasam und ich dachte mir so, boah, jetzt bekomme ich auch mein eigenes. Ja, ich wollte gerade sagen, es kann auch sein, dass es wirklich gespawnt ist und einfach sofort wieder gespawnt ist oder so. Weil, ähm. Uh, Voltoball. Weil, ach guck mal, ein Mankey. Also die Models, die kommen alle aus der Community. Die sind richtig gut gemacht. Muss man mal so sagen. Mhm. So, ich muss jetzt erst mal. Mankey fand ich ja damals auch immer voll cool. Ich mochte Mankey. Echt? Ich habe den immer gehasst. Ja, ich schon. Ich mochte den total gerne. Ich war aber immer der Fan von echt seltsamen Pokémon. Zum Beispiel mein erster wirklicher Run habe ich gemacht mit nur drei Pokémon im Team, nämlich Smetbo, Kadabra und Pantymos. Und ich habe meinen Starter komplett ignoriert. Weil, weiß ich nicht, ich fand Pantymos cooler. Den konnte man irgendwo am Anfang eintauschen, wo man durch einen Glitch überhaupt nur in dieses Gebiet kommen konnte. Ähm, ja, das war ganz lustig. Ich hatte immer die... Wie ein Glitch in ein Gebiet? Ja, das war so ein Gebiet, da kommt man eigentlich erst später hin, um das zu tauschen. Ach so. Und irgendwie durch einen Glitch konnte man da halt früher rein. Cool. Okay, ich habe ein Level abbekommen. Level 11. Sehr schön. Komm, Voltoball, ich will dich angreifen. Willst du das schon wagen? Ja, komm, ey. Das sind wahre Erfahrungspunkte-Lieferanten, die Carpadoras hier. Das ist echt übel, ne? Ja. Poisonpowder. Ha, ich habe ihn vergiftet jetzt erst mal. Ups, nee, doch nicht. Oh, jetzt wird es auch hier gleich mal ein bisschen heller. Oh. Ich grabe gerade unser Pokémon-Center aus. Ach so. Ja, ich kriege gerade eine auf die Schnauze von dem. Aber da der vergiftet ist, glaube ich, haue ich dem doch noch eine rein. Yes. 14. Nicht schlecht. Oh, die lassen Gunpowder droppen. Cool. Ja, nicht schlecht. Ja, das ist echt ganz schön cool gemacht. Ich finde das bis jetzt echt schon ziemlich klasse. Sehr durchdacht. Mhm, das muss man wirklich sagen. Ja. Es ist immer wieder erstaunlich, was für Minecraft so alles gemacht wird. Das stimmt. Also, vor allen Dingen, weil Minecraft ist ja das Spiel der ultimativen Kreativität quasi. Und was da alles die Leute sich auch einfallen lassen. Ernsthaft? Hat mich gerade das Carpador verhauen? Nee. Hat er mich gerade Carpador vermöbelt? Ja, Platscher? Oder Klatscher? Nee, das macht ja auch keinen. Ja, deswegen war ich gerade so verwirrt. Ich habe einfach irgendwie weitergemacht und dachte so, ach komm, Carpador, der kann mir gar nichts. So, sag mal, du hattest irgendwas gesagt, wir sind schon bei 16, 17 Minuten, oder? Ja, jetzt sind wir bei 19. Ja, läuft, würde ich sagen. Würde ich sagen, wir lassen uns weiter von Carpador verhauen, also ich. Viel Vergnügen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in diesem Sinne. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao. Tschüss.